Moin Leute! Herzlich willkommen hier zurück auf der Enniffmarsch. Alles was hier an Ballen liegt, gehört jetzt uns. Zieht euch das mal rein. Wir bringen gleich die erste Rutsche zum Hof. Und dann können wir Kühe kaufen. Wir werden gleich Stroh organisieren. Das alles gehört schon uns. Und die Mission ist abgeschlossen. Ich zeige euch das gleich, wenn ihr fährt. Fertig. Wenn Daumen nichts übergeblieben ist, dann weiß ich auch nicht. Position Farming. Da hast du Erträge. Das ist nicht normal. In meinen Augen. Wenn das vernünftig gedüngt ist und hier und da, haut ihr die Socken weg. Aber irgendwie habe ich schlechte Missionen. Verträge und so aktualisieren. Läuft noch nicht so. Weiß ich auch nicht. Im Moment ist echt schlecht mit Mission. Kriegen wir aber auch noch wieder hin. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Wenn jetzt erstmal alles hier an den Stüssel kommt. Und dann läuft der Laden wieder. Ein Säge weg und so. Und das da ist und Molkerei. Dann kommen wir auch wieder richtig an Kohle. Und wir werden jetzt gleich Kühe kaufen. Da freue ich mich hier richtig drauf, ne? Da, ey, Kühe. Dass das wieder läuft. Dann kriegen wir Mist und Gülle. Können die Düngerproduktion wieder ein bisschen besser an den Start bringen. Ähm. Ja, und dann können wir auch, wenn unsere Flächen dann mal irgendwann so weit sind, selber Saatgut und dies und das. Und ja, jetzt kommen wir wieder langsam in Schwung. Es ist am Anfang immer mühsam. Das ist so, aber... Wenn nicht, machen wir gleich noch Missionen. Grasmissionen oder was. Es ist ja echt nichts anderes im Moment. Wenn ich das hier so sehe. Das sind ja locker noch zwei Wagen. Locker. Der muss nur fertig pressen. Dann können wir abschließen. Dann läuft das. Das sind unsere Kühe, ne? Wir machen beide Ställe zur Hälfte voll. Dann können die sich reproduzieren. Und dann haben wir richtig was an Stüssel, ne? So ist der Plan dahinter. Dann können wir echt sorgen, wir haben schon wieder was erreicht, ne? Milchgeld und so. Wie gesagt, wir müssen jetzt nur das Sägewerk an Stüssel bringen. Das muss auf jeden Fall jetzt Lauf, also an Start kommen mit der Zellstofffabrik. Das sind so die nächsten Ziele, wenn der Kuhstall voll ist. Hier ist es fertig. Endlich. Können wir gleich Missionen abschließen. Gibt tolles! Können natürlich auch irgendwo anders eine Fläche platz kaufen. Und das Sägewerk dahin platzieren, ne? Das wäre ja auch kein Problem, aber... Ich weiß ja nicht. Eigentlich ist die Fläche dahinten für vorgesehen, aber... Vielleicht machen wir da auch was anderes hin. Müssen wir mal gucken. Weil so eine Fläche kaufen fürs Sägewerk ist ja... Oh, wir sind voll. Dann würde ich sagen, mein Freund, um Kupferstiche. Du fährst Hofsilo abladen. Das läuft. Ne, das muss ich noch weitermachen in Ruhe. Du hast dich eingeklappt, mein kleiner Freund, um Kupferstiche. Hier, neuer Kurs, ne? Perfekt gelaufen. Läuft. Und dann kannst du... Zum Hof vorne. Hof. Upsi. Entschuldigung. Das läuft auch. Der... Nix-Dorn-Mission. Aber wir können hier abschließen. Abschließen. Bam. 92.000. Hier. Neue Verträge. Es kommt nix an. Ach, das wusste ich gar nicht. Felt 27. Was ist denn da? Ahoy machen. Ja, eigentlich, wir haben hier nix zu tun. Das ist das Problem. Wo ist denn Felt 27? Kann ich aber besser kaufen. Dann können wir da Silage vormachen. Was kostet die Fläche? 144.000. Wenn wir da mähen sollen. Kaufen und Silage machen. Das ist jetzt unsere. Sorry. Ich hab Geld ausgegeben. Äh. Wieso hast du einen Stein in der Sammelkuße drin? Bist du Banane oder was? Heiter nein. Tanken brauchen wir noch nicht. Du fährst mir zu Felt 27. Schon wieder Geld ausgegeben, was eigentlich deine wollte, ne? Crazy, 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 aber wir machen da Silage von, ne? Wir kriegen zwar Silage, aber wir brauchen Silage. Ja. Steht rum. Steht rum. Steht rum. Steht rum. Fährt. Fährt. Wann willst du sagen? Ne, jetzt hat der den langsamen GT vor sich. Wie kann dat? Hau mal es zum Blinker an. Das will ich ja gar nicht. Das machen wir später. Ich muss erst gucken, wie weit ich holzen muss. Ich weiß das nicht. Auswahl. Das läuft ja wieder top hier. Oh Mann, Mann, Mann. Ey, das will ich doch gar nicht. Ich brauche Produktion. Hier. Wie weit muss ich denn holzen? Wo ist denn Sägewerk? Da ist Sägewerk. Ne, das? Hallo, wo ist das Sägewerk? Da ist das Sägewerk, ne? Sägewerk. Tret' ich mal? Hallo? Was ist denn hier los? Oh, da muss ich aber noch mächtig holzen, ne? Ne, da müssen wir ja noch mächtig holzen. Gummell. Gut, dass wir das nicht platzieren können. Oh, doch könnten wir aus Versehen platzieren, ne? Oh, da müssen wir bis zum Weg wieder holzen. Alles klar. Hat sich erledigt, ne? Mit eben schnell mal Sägewerk, ne? Ob hier war irgendwas angekommen? Oh, der ist halt Feld 27 angekommen, ne? Feld 27. Da bist du aber cool hingefahren. Klopp dich mal... Äh. Klopp dich mal eben auseinander. Hast du Silage? Ja, perfekt. Erster Wegpunkt, kein Kurs. Bla, 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 bla. Wer hat das so Mäuse melken, ne? Tirelli, Tirelo, Tirela. Mit der Daumen an der Hand geht es dann zum Taxistein. Doch das Ziel dieser Fahrt war bis dahin noch unbekannt. Und CPQs generieren. Vielen Dank. Ne, wir wollen hier. Haben wir schon Feld 27? Ne, haben wir noch gar nicht. Okay. Willst du mich hier gerade veräppeln oder so? Hallo? Ach, dann fahr ich jetzt so los. CP-Einstellung. Wieso habe ich denn hier? Äh, nein, nein, nein. Hier, äh, äh. Aktivieren. Spiel speichern. Manchmal will mich das hier... Oh, gone. Neuer Ordner. Dann geht's doch. Feld 27. Ja. Q-Speichern. Aktivieren. Nee, ähm. 9,4. Perfekt. Danke, liebes Spiel. Du bist zu wütig. Ähm. Du kriegst direkt die Ladewagenbude hinterher. Du kannst auch gleich zu Feld 27 heizen. Wir brauchen die Lange. Oh, komm hier auch gerade so dran, ne? Eigentlich ist das Moped dafür nicht so günstig. Aber wenn wir nur geradeaus fahren müssen, dann geht das. Oh, er läuft hier, ne? Guck mal her. Drückst direkt den Vorwärtsgang rein und dann gibt's Schub. Feld 27. Fahr doch mal hin, Kollege. Danke. Ah. Okay. Der kleine GTA steht den Weg. Den müssen wir auch reparieren, ne? Die hätten einen Top-Job gemacht da hinten. Eine Million nur noch. So, du kannst rein theoretisch... Nehmen wir an die Futtermilchbude direkt, ne? Wir wollen ja Kühe kaufen. Lass die Presse mal kurz hier stehen. Oder komm, steig mal eben aus. Rapparieren. Ja. Rapparieren. Ja. Danke. Äh, du kannst mir hier kurz weiterlaufen. Alter, nein. Viel zu viel zu tun hier. So, Stroh organisieren, ne? Oh, ist schon wieder ausgegangen, ne? Du fährst mir wieder zu Feld 61. Holst das letzte Gemüse da gleich noch runter. Ja, wir haben die ACC Lounge in Silo. Perfektu. Ach, du bist auch schon wieder angekommen. Ja, ja, ja. Sofort. Wenn's läuft, dann läuft's, ne? Nicht. Ich bin schon wieder rausgetappt, ne? Wird ich's zum Mäusen melden? Ich wollte mal ein Bild machen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich ein Bild hatte. Fährst du jetzt durch die Sargutpaletten, mein Freund? Nee, nee, nee. Korrekt. Loblich, löblich, löblich. Da haben wir gerade keine Zeit für. Hängen die mal eben ab. Hängen die mal gerade ab. Hä, wir können Kühe kaufen, Leute. Jetzt kommt der Laden hier wieder ins Schwung. Richtig schickifoini. So, hier dran. Hier mit unseren neuen Wagen hier. Den hab ich noch nie benutzt. Wie viel geht denn da rein? 30.000. 15, 15 können wir mal. Richtig gut. Läuft der Hobel, ne? Ha, 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 ha. Da freut der Svenny sich, ne? Wenn mal was klappt. Und da wir eh noch Silage machen. Läuft der Laden hier. Hör mal an. Nee, der kann da leider noch nicht drin sein. Sollen. Start. 15.000, haben wir gesagt, ne? Das Air. Silage. Oh, die wird aber auch ein bisschen bau nicht knapp, unsere Silage, ne? Ah, wir haben hier einen Fermenter. Misch-Ratio. Perfekt. So, Abflug. Das müssen wir Kühl kaufen, ne? Ich steh voll auf dem Pin, ne? Nur zur Information. Das ist die Ohren. Der läuft nicht schneller. Halt an. Wir steigen aus. 80 Stück gehen da rein. Dann kaufen wir jeweils 40. 40. Na, guck mal. Kannst du einfach drehen. Geht viel schneller. Premium. Kaufen. Ja. Das klang komisch. Kaufen. Ja. So, wir müssen eben zum GTA flitzen. Kommt hier Wasser rein? Das wäre ja cool. Lass uns mal eben ein Lückerchen machen, ne? So zwischendurch, ne? Das ist halt schon Premium. Ne, kommt kein Wasser rein, oder? Ich bin dumm. Aber ich gucke auf den falschen Stand, ne? Hier geht Mischration rein. Ich sehe nichts von Gläufe. Äh, 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 mit Wasser. Also, passt dazu. Der braucht aber lange zum Entladen, ne? Guck mal, der kommt kaum in den Hufe mit dem Wagen. Leckt mich fit. Wir müssen Stroh kaufen, ne? Strö. Aber ich hab gar kein Frontlader hier. Müssen wir dann irgendwie so eben ausnahmsweise mal holen. Ich brauch Stroh. Kaufe mal erst so acht Stück. Die holen wir ausnahmsweise mit der Hand, ne? Dass die Tiere versorgt sind. Das ist wichtig, finde ich. Dass das Viehzeug versorgt ist am Anfang, ne? Aber liebe Leute, ich sag erst mal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.